Leute, könnt ihr euch noch daran erinnern, als Capital Bra im Wochentakt Songs rausgehauen hat und sich jeder halbwegs normale Deutschrap-Fan gefragt hat, Digga, ist das nicht zu viel Output? Kann man denn da überhaupt noch Qualität bewahren? Kann man denn da überhaupt noch geile Songs produzieren, wenn man so schnell am Fließband seine Songs recordet, wie du das machst? You ain't seen nothing yet, man. Denn ein Song pro Woche war gestern, meine Freunde. Ein Song pro Woche ist so 2019, verdammte Axt. 2020 gibt's zwei Songs pro Woche. Und damit man als geneigter Capital Bra-Fan nicht durcheinander kommt, wird ein Song released unter dem Künstlernamen Capital Bra und der andere unter dem Künstlernamen Joker Bra. Feiere ich auf jeden Fall, dass es mir der gute Kapi dadurch ermöglicht, seinen Meisterwerken weiter strukturierend und logisch zu folgen, ohne durcheinander zu kommen. Nachdem wir uns also Capital Bra's letztes Werk zusammen mit Crow Frühstück in Paris gegönnt haben, geben wir uns jetzt also sein neues Werk unter dem Pseudonym Joker Bra. Das Ganze hört auf den Titel Paradise. Und alle, die so süchtig waren nach seinem großen Nummer-Eins-Hit und wirklich einem der geilsten Songs, den er je released hat, Baby, ja, mit Vice zusammen, hat er sich jetzt wieder mit den Jungs zusammengeschlossen. Und ich bin wirklich sehr, sehr froh, Alter. Ich bin wirklich sehr, sehr froh. Denn so dieser Dorf-Disco-Copy, das ist wirklich das, was ich halt wirklich auch abgöttisch feier. Und als wäre das nicht schon genug, haben die beiden auch eine Sängerin mit am Start. Leonie heißt die gute, ja. Sagt mir nichts. Ich kenne nur eine Leonie, die ist auch im Show-Business, macht aber ein bisschen andere Sachen. Glaub nicht, dass die das ist hier. Sonst würde das nicht auf YouTube auch geladen werden. Capital Bra, a.k.a. Joker Bra, featuring Vice und Leonie mit Paradise. Also großartig. Wirklich großartig, ne. Kommen wir mal zu den positiven Sachen zuerst. So, und jetzt das Negative. Also wirklich, äh. Man denkt immer, ja, dass man beim Bratan schon alles gesehen hat. Das muss man ihm lassen, ja. Ich hätte es nicht erwartet, dass der Bratan wirklich die Eier hat, zwei Strophen komplett nur durchzulelelehen. Ein neuer Tiefpunkt im lyrischen Verfall des Bratans mit der 9er-Wumme ist erreicht. Er ist privat bestimmt ganz netter. Er ist privat. Untertitelung des ZDF, 2020